An einem Urlaubstag am 5. Januar 2024 machen wir einen Ausflug. Und so führt uns unsere heutige Reise ins Technikmuseum nach Sinsheim. Und so startet unsere Besichtigung des Museums mit Halle Nummer 1. Und so gibt es im ersten Hallenabschnitt hauptsächlich PKWs aus aller Welt. Doch es gibt nicht nur PKWs aus aller Welt in Halle 1. Und so warten im zweiten Teil der Halle unter anderem Militärfahrzeuge auf uns. Musik 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 Und nach der Besichtigung der Fahrzeugvielfalt hier in Halle 1 machen wir uns auf den Weg zum Hallendach und nach einem Blick zur gegenüberliegenden Halle wenden wir uns dann einem Flugzeug zu hier am Dach von Halle 1. Etwas später gehen wir dann zu den Hallen 2 und 3 und wir starten mit der Besichtigung zweier Flugzeuge. Zuerst ist die Concorde an der Reihe. Und nach der Besichtigung dieses eindrucksvollen Flugzeuges gehen wir dann weiter zur Tupolev. Und nach der Besichtigung der Tupolev machen wir uns dann auf den Weg ins Innere der Halle auf zu weiteren Fahrzeugausstellungen. Fahrzeugausstellungen. Ich denke an dich Ich habe nicht slept Und neben der Fahrzeugvielfalt der Hallen 2 und 3 können wir dann noch einige Lokomotivenklassiker bestaunen. Wir machen uns wieder auf den Weg zurück nach Hause, mit unendlich vielen Eindrücken hier vom Technikmuseum Sinsheim. Wir machen uns wieder auf den Weg zurück nach Hause, mit unendlich vielen Eindrücken, mit unendlich vielen Eindrücken.